Auf einen Kaffee heißt es wieder einmal zum Start in die Sendung. Servus und herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast und gleich eben im Talk, Nihat Jedovic vom FC Bayern Basketball, der Small Forward. Die Bayern, die stehen bereits im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Darüber werden wir natürlich reden vorher, aber wie gesagt, gibt es einen Kaffee. Und wir werden den jungen Mann mal ein bisschen vorstellen, denn er hat eine recht charmante, witzige Seite und verträgt es auch, wenn mal ein bisschen Spaß auf seine Kosten gemacht wird. Und so war es auch, als die Kollegen von FC Bayern TV dabei waren, als er seine deutsche Staatsbürgerschaftsurkunde bekommen hat. Er hat sich hervorragend integriert. Das beweist er nicht nur auf dem Spielfeld über den FC Bayern, sondern auch im Alltag. Eigentlich ist er Bayer geworden, oder? Richtig. Leider haben wir keine eigene bayerische Staatsangehörigkeit, sonst hätte ich keinen Zweifel, dass wir ihm die bayerische Staatsangehörigkeit verliehen hätten. Kleiner Bayern-Test. Für dich spricht dieses Wort aus. Zu Weißwürsten isst man in Bayern. A. Süßen Senf, Scharfensenf, Mayo. Scharfensenf. Mayo. Süßen Senf? Das ist doch nicht dein Herz. Also Mayo jetzt. Ich dachte, der Mayo geht mit alles. Ja, klar. Wie der Innenminister nicht durchgewunken hat, ist mir schleierhaft. Zu Weißwürsten isst man süßen Senf, scharfensenf Mayo. Süßen Senf. Vervollständige diesen Satz. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Spricht für dich. Auf der Wiesn sagt man, eins, zwei, zu verarbeitet. Aber das ist besser, dass du das nicht sagst. Nein, es ist kein Problem. Es ist doch alles. Wie viel Liter sind eine Masse Bier? Ein Liter. Ja, nein. Jetzt läuft's. Wer ist diese Person? Franz Beckenbach. Unser Kaiser wäre richtig gewesen. Na ja, ist egal. Nihat, Gratulation, fast alles richtig. Jetzt bist du Deutscher. So, und mittlerweile hat er seinen Bayerisch-Kurs wohl absolviert. Nihat, grüß dich. Da ist der Kaffee. Zucker hast du gesagt, keine Milch. Servus, vielen Dank. Ja, wunderbar. Super. Lass es dir schmecken. Wie lebt es sich denn so als Bayer jetzt? Super. Ich meine, ich habe mich schon hier sehr gut integriert. Es ist mein viertes Jahr in München, in FC Bayern Basketball. Und deswegen habe ich mich sehr gut gefunden. Ich fühle mich wie zu Hause. Was ja mich erstaunt hat, ist, da kriegst du deine Urkunde vom Innenminister. Also, wenn ich irgendwo mal einen neuen Führerschein abgeholt habe oder so beim Amt, da steht keiner von den Politikern, schüttelt mir die Hand, da ist keine Kamera dabei. Wie war das? Ich war auch überrascht über den Ruf von dem Minister. Ich dachte, das wird alles auch normal verlaufen. Aber als der Anruf kam, war ich unglaublich überrascht. Ich war glücklich, dass es passiert, dass es endlich am Ende ist. Weil ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viel gelernt und am Ende war das gut. Super. Gute Erinnerungen für mich. Ich habe schöne Fotos dabei. Und deswegen fühle ich mich sehr geehrt. Dein Bayerisch, hast du mir vorhin auch schnell erzählt, ist nach wie vor nicht so. Ist also ausbaufähig, ist bei mir aber genauso. Dann stehen natürlich die eigenen Leute da von euch, von FC Bayern TV und hauen dir dann gleich mal so ein paar bayerische Begriffe und so ein paar Traditionssachen um die Ohren im Nachhinein. Weil du hast Humor. Hast dich trotzdem geärgert im ersten Moment, dass sie dich das auf die Schippe nehmen? Ja, für mich war es witzig. Ich weiß, dass es ein feines Video war und deswegen fand ich es witzig. Ich war begeistert von allem, was passiert in diesem Moment und deswegen fand ich es witzig. Bayerisch kann ich noch nicht ein paar Jahre. Du hast nicht daran gearbeitet. Nicht, weil es ist schwer, weil niemand spricht Bayerisch. Mit den Leuten, die ich in Kontakt bin, niemand spricht Bayerisch und deswegen ist es schwer für mich auch etwas zu lernen. Oh, und das beim FC Bayern zu sein. Da müssen wir echt mal schauen, dass wir da so einen kleinen Bayerischkurs machen. Kommen wir mal zu der Sache, die, ich will nicht sagen humorlos ist, aber die ja wirklich klar erledigt werden muss und das habt ihr geschafft. Vorzeitiger Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Habt Jena besiegt und damit ist klar, ihr seid auf jeden Fall dabei. Das ist ja logisch. Aber ihr steht im Viertelfinale, habt Heimrecht. Wie wichtig ist denn dieses Heimrecht nachher in der Playoff-Serie? Also auch für dich jetzt vom Gefühl her? Es ist wichtig, ich meine, dafür spielt man ja die ganze Saison, Heimrecht zu haben in den Playoffs, wo es um alles geht. Für uns ist es wichtig, dass wir die erste Serie Heimrecht haben. Wir werden noch bis Ende kämpfen und versuchen, den zweiten Platz zu kriegen, dass wir auch im Halbfinale das Heimrecht haben. Es wird schwer, aber auch nicht unmöglich. Wir werden alles versuchen, aber Heimrecht im Viertelfinale ist schon eine gute Sache. Für unsere Fans auch. Aber macht es denn einen großen Unterschied als Spieler, ob du jetzt auf einem Spielfeld stehst in Bonn oder Berlin, das könnten ja die möglichen Gegner vielleicht schon sein dann fürs Viertelfinale, oder ob du hier in Münzen stehst, Parkett ist Parkett, Korb ist Korb. Ja, wie du gesagt hast, an der anderen Seite ist es ja auch egal, wenn du die Meisterschaft gewinnen willst, musst du auch auswärts gewinnen. Und deswegen ist es ja von dieser Seite auch ein bisschen egal, aber zu Hause zu spielen ist schon etwas Besonderes. Ich meine, du trainierst jeden Tag in dieser Halle, du kennst die Körbe, du kennst alles. Und es ist an einer Seite auch ein bisschen leichter. Jetzt habt ihr elf Bundesligaspiele in Folge gewonnen, das ist Vereinsrekord. Bedeuten dir solche Rekorde was, oder ist das einfach nur eine Zahl? Ich glaube, es ist nur eine Zahl, wir wollen Titel holen, Titel gewinnen, und das ist was am Ende zählt, wie viele Siege wir haben, wie viel in Folge wir gewonnen haben, ist egal, wenn man am Ende nichts gewonnen hat, keinen Titel. Und deswegen, es ist schön, das zeigt nur, dass wir in guter Form sind, dass wir gut arbeiten, aber am Ende werden wir einen Strich machen und sehen, was wir gewonnen haben, das ist das wichtigste. Du hast gegen Jena 15 Punkte gemacht, das ist ein super Wert, wenn ich so ein bisschen zurück überlege, so am Anfang der Saison, wenn die Spielberichte kamen oder wenn ich mal Ausschnitte gesehen habe, da warst du kaum dabei, hast du kaum Spielzeit bekommen oder mal kaum die Möglichkeit bekommen, wirklich mal einen Punkt zu erzielen. Was hat denn sich verändert im Laufe der Saison für dich jetzt? Ja, ich meine, erst mal, Anfang der Saison war für mich persönlich schwer, neuer Trainer kam, alles war neu, komplett. In den drei Jahren mit dem Coach Persic war ich ein Spieler, der immer spielte, war ich ein Spieler, der die meisten Punkte gemacht hat und es hat sich geändert. Diese Saison ist es nicht mehr so, diese Saison sind viele Qualitätsspieler da, die ein Spiel entscheiden können und das war ein bisschen für mich etwas Neues. Es hat mir Zeit gebraucht, mich zu integrieren wieder, meine Rolle zu finden und ich glaube, ich habe das von Tag zu Tag gemacht, von Training zu Training, ich habe niemals aufgegeben. Ich wollte hier bleiben, ich habe hier verlängert, ich wollte hier unbedingt bleiben und deswegen habe ich hart gearbeitet und ich glaube, in dieser zweiten Hälfte von der Saison, dass man sieht, dass ich schon viel besser spiele, dass meine Zahlen auch viel besser sind und das ist nur ein Zeichen, dass ich gut gearbeitet habe. Hat der Trainer vielleicht dich ein bisschen damit extra fordern wollen, dass er sehen wollte, wie stark wirst du dich einbringen, wie stark wirst du mitziehen? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, er hat mir das nicht gesagt, wir haben über die Rollen gesprochen, aber das hat er mir nicht gesagt, ich weiß, dass heutzutage, du musst Resultate haben, wenn du spielen willst und das kann mir niemand etwas anderes sagen, wenn ein Spieler in guter Form ist, kein Trainer wartet auf den anderen Spieler, dass er in Form kommt und deswegen wusste ich das, ich habe hart gearbeitet, ich wusste, dass meine Zeit kommt und wenn die Zeit kommt, will ich sie mit beiden Händen nehmen und ich glaube, dass ich das gemacht habe. Und ich fühle mich gut, ich bin gesund, was ist auch das Wichtigste für mich und ich bin mir sicher, dass noch bessere Spiele von mir kommen. Spiele gegen am liebsten Behn, also ihr habt jetzt noch sechs Spiele bis zum Ende der Hauptrunde, dann starten die Playoffs. Am kommenden Wochenende gibt es gleich, ich muss mal sagen, eine richtige Knalle, eigentlich schon vielleicht ein vorgezogenes Finale. Das Spiel gegen Ulm, der ungeschlagene Tabellenführer. Wird das so ein Vorgeschmack für Playoffs oder vielleicht sogar für die Endspielserie? Ja, jetzt bis in der Saison, diese sechs Spiele spielen wir fünf Spiele gegen die Playoffs Teams, die in den Playoffs gerade sind und jedes Spiel wird schwer. Ich meine, das ist jetzt die Zeit, wo du das ganze Jahr gearbeitet hast, wo es um etwas geht. Und wir werden jedes Spiel genießen, wir werden jedes Spiel gut vorbereiten. Erstens ist Ulm, wie du gesagt hast, noch ungeschlagen in der Liga, aber wir haben die geschlagen in den Eurocup, in Ulm, auswärts. Und wir wissen, dass wir gegen die spielen können. Es wird ein hartes Spiel, ohne Zweifel, Ulm spielt richtig gut Basketball. Ulm ist eine Basketballstadt, die für Basketball lebt und es wird schwer. Aber wir haben unsere Chancen, wir sind in einer guten Serie, wir fühlen uns gut und ich glaube, wenn wir mit gutem Fokus, mit guter Vorbereitung reinkommen, dass wir schon Chancen haben. Hast du schon mal erlebt, dass eine Mannschaft es in einer Liga geschafft hat, eine Saison dann komplett ohne Niederlage durchzugehen? Ich habe das, persönlich habe ich das gesehen, erlebt, in einer Saison, wo ich gespielt habe, dass ein Team ungeschlagen war, habe ich das nicht, aber gesehen habe ich das schon. Das haben viele Teams gemacht, aber es muss nicht sein, dass sie die Meisterschaft gewinnen. Wo war das? Welches Team hat es damals so weit gebracht? Ich glaube, Barcelona hatte damals auch mit Zvezdaupesisch eine Niederlage oder keine Niederlage in der Liga. Das muss nicht sein, das ist keine Regel. Letztes Jahr kamen wir von der siebten Position in die Playoffs und sind bis zum Finale gegangen. Also in den Playoffs gibt es keine Regeln. Wir wissen das und deswegen wollen wir von Spiel zu Spiel mental fokussiert reingehen. Wie gesagt, wenn ihr so bleiben würdet auf Platz 3, dann wäre ja Bonn oder Berlin, so wie ich es jetzt gerade von der Tabelle her so ein bisschen vermute. Wer einer der beiden wäre der Gegner. Berlin, die liegen euch diese Saison glaube ich ganz gut. Habt ihr schon zweimal bezwungen. Ja, Berlin ist eine komplett andere Mannschaft. Ich meine auch nach Sascha Obradovic haben sie sehr viel gewechselt. Wir haben jedes Spiel diese Saison gegen Berlin gewonnen. Und wir haben es gewonnen, weil wir jedes Spiel hundertprozentig fokussiert reingangt sind. Und deswegen haben wir gewonnen. Das muss nicht so sein. Es kann sein, dass wir einen schlechten Tag haben. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert. Egal gegen wen wir spielen, wir müssen auf uns konzentriert sein. Wirkt der Eurocup noch ein bisschen nach? Es war vielleicht ein bisschen enttäuschend, da auszusteigen gegen Malaga. Ja, das war eine riesige Enttäuschung. Ich meine, wir wussten, dass wir Favoriten sind. Und wir glauben immer noch, dass wir eine bessere Mannschaft in Malaga sind. Aber ich glaube, wir hatten kein Glück, in den letzten Spiel zu spielen. Okay, in Malaga haben wir deutlich verloren, da kann man nicht sagen, dass wir kein Glück hatten. Wir haben schlecht gespielt, aber zu Hause das letzte Spiel, dass wir ein bisschen zu viel wollten. Wir wollten das Spiel in den ersten fünf Minuten gewinnen und wir haben nicht schlecht gespielt, nur ein bisschen. Wir haben zu viel gewollt und deswegen hatten wir am Ende auch kein Glück. Malaga hat das kontrolliert, gut gemacht und deswegen sind sie jetzt im Finale. Du bist jetzt 27, wenn ich richtig gerechnet habe, hast verlängert beim FC Bayern zwei Jahre plus Option nochmal ein Jahr drauf. Also es könnte ja sein, dass du ja auch die Karriere dann weiter noch führst und vielleicht sogar hier beendest. Wäre das okay für dich? Also so vom Punkt jetzt her würdest du sagen München als Stadt, der FC Bayern als Verein. Das würde alles passen, das ist eine runde Nummer. Ja klar, für mich, das ist mein Gedanke. Ich kann nicht lügen, das ist mein Gedanke. Als ich das erste Jahr hier unterschrieb, war es für mich, dass ich so viel wie möglich hier bleibe. Weil ich wollte mich hier integrieren, ich wollte für diesen großen Verein spielen. Aber heutzutage weiß man nie. Ich meine, wie viel Wechsel gibt es im professionellen Sport, nicht nur im Basketball, sondern auch in anderen Sport. Da kann man nichts planieren. Ich werde von Saison zu Saison spielen. Ich meine, mein Gedanke ist, dass ich hier bleibe, so viel wie möglich. Und deswegen würde ich ja jeden Tag arbeiten. Aber da gibt es Dinge, die man einfach nicht kontrollieren kann im Professionell Sport. Ich hoffe, dass es bis diesen Dingen nicht kommt. Und dass ich hier viele, viele Jahre noch spiele. Wo war der Kaffee bisher am besten, wo du gespielt hast? Hier bei euch. Ja, reine Wahnsinnsantwort. Ja, danke. Genieße ihn noch, trinke ihn in Ruhe aus. Einstieg. 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 Wenn du gut an das Spiel ist, geht es. Ich kann es nicht mehr. Einstieg. Einstieg im Saal. Inbieter. Einstieg. Vielen Dank.